Natürlich ist es wichtig, dass man eine gute Verbindung zur Bank hat, in unserem Fall zur Volksbank. Und wichtig ist auch das Vertrauen, das gegenseitig da ist. Denn in einer Branche, die sich ständig weiterentwickeln muss, die natürlich von der Dienstleistung lebt und natürlich von guten Produkten, ist es wichtig, dass man gutes Vertrauen zur Bank hat, damit man auch die Ausstattung des Angebots ständig in Schuss halten kann und erweitern kann. Denn wir sind sehr wettbewerbsintensiv. Da ist es eben wichtig, dass man durch die Volksbank gut finanziert worden ist.